Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu NZZ Standpunkte. Bei uns zu Gast ist heute Martin Vetterli, Präsident der ETH Lausanne, einer der weltweit besten technischen Universitäten. Mit Prof. Vetterli sprechen wir über die Schweizerische Hochschullandschaft, die sich irgendwo zwischen Weltgeltung und Kantön die Geist bewegt. Prof. Vetterli, Sie haben an der ETH Zürich studiert, sind für den Master of Science nach Stanford, für das Doktorat zurück an die EPFL, dann waren Sie an der Columbia University in New York und in Berkeley, bevor Sie zurück in die Schweiz gekommen sind. Sie kennen also beide Hochschullandschaften oder beide Hochschulwelten, um es zu sagen, sehr gut. Und Sie sagen, die EPFL sei die amerikanischste Universität in Kontinentaleuropa. Was kann man sich darunter vorstellen? Auf der einen Seite sind viele Professoren bei uns eigentlich über das amerikanische System gekommen, also wie ich selbst, wie mein Vorgänger, wie viele der Professoren jetzt an der EPFL. Und wir haben an der EPFL sehr konsequent eigentlich das amerikanische Hochschulsystem eingeführt. Das bedeutet das Tenure-Trag-System, das sind die Assistenzprofessoren, die weitermachen können. Das ist das, was ich in Amerika gemacht habe und viele meiner Kollegen. Und das ist eigentlich die Antwort auf die Exzellenz und die Nachwuchsförderung für die Hochschullandschaft in der Schweiz. Was machen die Amerikaner besser als die Kontinentaleuropäer? Also in Amerika war ich mit 29 Jahren Professor mit meiner eigenen Forschungsgruppe. Ich konnte Risiko eingehen. Ich musste auch natürlich deliver, wie man so schön sagt in Amerika. Und das ist eigentlich das Motivierende an der Forschung. Sie wollen die besten Leute ganz jung in das Forschungssystem einbinden. Ganz früh können sie lehren und forschen und Start-ups bauen. Und das eigentlich in Kontinentaleuropa war nicht die Tradition, wo im Prinzip alle Professoren sowohl mit 50 oder so Full-Professoren wurden. Jetzt erklären Sie nochmal das mit dem Tenure-Track. Das heisst, die Jungen können bleiben, sie können mehr Risiko eingehen, weil sie die grössere Sicherheit haben zu bleiben. Das geht nicht um Sicherheit, es geht um Wettbewerb. Was sehr wichtig ist, ist die Unabhängigkeit. Wenn Sie gute Forschung machen wollen, dann wollen Sie nicht für jemanden Bekannten, aber im Schatten arbeiten. Sie wollen sehr früh Ihr eigenes Forschungsprogramm aufbauen, damit Risiko eingehen. Wenn Sie das gut machen, dann haben Sie eine Professorenstelle. Am Ende, das Tenure-Track geht sieben Jahre. Nach sieben Jahren wird entschieden, ob Sie bleiben können oder nicht. Und das ist das System, das alle top amerikanische Universitäten brauchen. Und das ist das System, wo viele unserer Professoren an der EPFL durchgegangen sind. Und das ist im Prinzip das DNA von der EPFL heute. Und damit unterscheidet sich die EPFL auch von anderen schweizerischen und europäischen Hochschulen. Weil wenn man die internationalen Rankings anschaut, sei es das Shanghai-Ranking oder das QS-Ranking, ist es ja so, dass immer zuerst die Amerikaner kommen. Plus, minus, dann kommen die beiden schweizerischen technischen Hochschulen, dann kommen die anderen kontinentaleuropäischen Hochschulen. Ist es das, was Sie unterscheidet? Was Sie wollen, das sind die besten Professoren, das die beste Arbeit leistet. Also müssen Sie ein System haben, das gute Leute in das System reinbringt oder von Amerika zurückbringt. Und das ihnen die Rahmenbegegnung geben, um sehr gute Forschung zu machen. Und das amerikanische System macht das sehr, sehr gut. Deshalb sind die amerikanischen Forschungsuniversitäten immer ganz hoch in den Rankings. In Europa hat es ein paar englische Universitäten und dann natürlich auch ein paar Universitäten in kontinentaleuropa, die ETH Zürich und die EPFL. Gibt es auch etwas, was die Europäer, die Kontinentaleuropäer, besser machen als die Amerikaner und die Briten? Oder heisst das in Konsequenz, man muss das gesamte kontinentaleuropäische Hochschulsystem ganz auf das amerikanische Vorbild ausrichten? Nein, gar nicht. Was die Europäer sehr gut machen und die Kontinentaleuropäer, das ist sehr gute Bildung auf allen Stufen. Auch eine Bildung, die vom Steuerzahler bezahlt wird, also nicht Privatinstitute. Und die Bildung, die wir in der Schweiz haben, ist von exzellenter Qualität. Es ist viel besser als die Mittelbildung in Amerika. Also das machen wir sehr gut. Das Undergrad, also die Grundausbildung in den Universitäten, ist von mir aus gesehen in Europa auch sehr gut. Wir haben Top-Schulen in Frankreich, in Skandinavien, England, Deutschland und so weiter, natürlich auch in der Schweiz. Aber wenn es dann nur mehr auf Forschung geht, ist es sehr kritisch, dass wir die besten jungen Leute ins System einbinden. Und da ist das Tenure-Track-System, das die Amerikaner erfunden haben, nicht sehr gut. Deshalb gehen viele Europäer nach dem Doktorat nach Amerika, um zu forschen, um Professoren zu werden. Und gegen das müssen wir etwas tun. Das haben wir an der EPFL mit dem Tenure-Track-System gemacht. Kommen wir zur ETH Lausanne direkt einmal. Wenn man sich anschaut, wie sie gewachsen sind seit dem Jahr 2000, dann ist ja die ETH Lausanne förmlich explodiert. Das Budget hat sich quasi verdoppelt. Die Zahl der Studenten hat sich auch verdoppelt. Ist das Grössenwahn oder was steckt da hinter dem sehr starken Wachstum in doch sehr kurzer Zeit? Also so kurz ist das nicht. Das sind 20 Jahre und das Potenzial war dort. Es war eine relativ junge Schule, die 1969 fäderalisiert wurde. Und da hat es noch, wie soll ich sagen, on pouvait mieux faire, sagt man in der Swiss-Romande. Und das hat sich realisiert. Die Professorenzahl hat sich um etwa 60 Prozent erhöht. Und das konnte man machen, auch weil die Budgetsituation im schweizerischen Hochschullandschaft relativ gut war in den ersten 15 Jahren der 2000er. Die Anzahl Studenten, das Gleiche, das sind die Studenten, die wir für die Schweizer Wirtschaft ins System reinbringen. Das sind Leute, die auf den Gebieten, die wichtig sind für die Schweizer Wirtschaft, aktiv sind. Also sprechen wir von Computer Science, also Informatikwissenschaften, Data Science und so weiter. Und da, wir könnten noch viel mehr Studenten ins Wirtschaftssystem reinbringen. Aber da sind wir eigentlich am Ende von der Grösse des Campus und von unseren Möglichkeiten. Gleichzeitig, Sie fragen, kann man da noch wachsen? Man kann immer in Qualität wachsen. Und der Gütesiegel der Schweiz ist nicht in der Quantität, ist in der Qualität. Und da haben wir noch Room for Improvement. Zum Beispiel? Wir können, das ist eine metaphysische Aussage. Ich kann, nein, ich kann, wenn ich am Morgen aufstehe, kann ich sagen, ich will etwas besser machen als gestern. Das kann jeder von uns sagen. Man kann ins Labor gehen und immer noch ein wenig tiefer etwas forschen. Man kann in der Lehre sich mehr engagieren und so weiter. Auf der Qualität kann man, the sky is the limit. Aber das ist etwas, wenn Sie das jetzt so beschreiben, ist etwas, was dem einzelnen Professor, der einzelnen Professorin überlassen ist. Das ist nicht etwas, was Sie jetzt als Präsident steuern können, oder? Ich würde, das geht über die Ambiance, über die Peer Pressure, über die Corporate Culture. Und da wiederum, das amerikanische System macht das sehr gut, weil die Professoren in Amerika haben eigentlich eine relativ kleine Grundausstattung. Also ist es sehr kompetitiv, man muss Forschungsgelder reinnehmen und so weiter. Und dann hat es natürlich den inneren Wettbewerb zwischen den Professoren und so weiter. Und das feuert uns an in Amerika. Und das versuchen wir an der EPFL auch so zu machen. Das ist auch so an der ETA und anderen Spitzenuniversitäten. Das ist nicht speziell für die EPFL. Dieses grosse Wachstum in den letzten Jahren wird in der Öffentlichkeit mindestens immer sehr stark verbunden mit Ihrem Vorgänger Patrick Ebischer, der sehr stark auf die Vergrösserung gesetzt hat, auf den Zuwachs. Was ist Ihre Vision für die ETH Lausanne in den nächsten Jahren? Konsolidierung des Erreichten oder Fortsetzung dieses Wachstumspfades? Also Fortsetzung des Wachstums, so schnell wird es nicht weitergehen. Aber Wachstum wird es gehen, auch weil die Gebiete sich neu positionieren. Es ist ganz klar, dass auf den neuen Gebieten, ich habe es gesagt, Informatik, Data Science, Artificial Intelligence, muss man wachsen. Das ist ganz klar. Auf Französisch sagt man, wir haben eine croissance maîtrisée, also ein Wachstum, das unter Kontrolle ist. Und das ist die Phase, in der wir sind. Und ich sage nochmals, ich glaube, es hat zwei Dimensionen. Das Wachstum in der Quantität, das Wachstum in der Qualität. Quantität werden wir noch wachsen, aber nicht so schnell, nicht so rasant wie in den letzten 15, 20 Jahren. Auf der Qualität können wir immer noch besser machen. Sie haben die Studierenden gesprochen, die Sie gleichsam an die Wirtschaft weitergeben. Das ist ja ein wichtiges Element der Hochschule. Wenn wir jetzt bei Ihnen die Zahlen anschauen, dann haben Sie ungefähr zwei Drittel ausländische Professoren und zwei Drittel ausländische Doktorierende. Das sind etwa die Zahlen plus minus. Ist das gut oder ist das nicht gut? Fragen Sie die Wirtschaft. Fragen Sie die Kollegen, schauen Sie die Rankings an. So schlecht kann das nicht sein. Und dann muss man immer wieder die Geschichte anschauen. Als die ETH Zürich Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde, wurde ein Institute of Technology gegründet. Das hat ja Universität in der Schweiz. Man brauchte eine neue Form von Universität. Das war die ETH Zürich. Ein Meisterstreich von Alfred Escher. Und dann brauchte man Talente. Und ich habe das angeschaut, oder? Noch kürzlich. Die Talente waren nicht unbedingt schweizerisch. Da waren 60 Prozent der Professoren Deutsche. Und dann hatte es noch Kroaten und so weiter. Die gingen dann weiter und hatten zum Beispiel die Nobelpreise in Chemie an der ETH Zürich. Das waren zum Teil Leute von Kroatien. Also die Qualität muss dort sein. Und die Schweiz hat eine Tradition von Offenheit. Auch in der Diplomatie. Die Wirtschaft ist eine Exportwirtschaft zu einem grossen Teil. Die Wirtschaft wie die Pharma, die Maschinenindustrie, auch die Serviceindustrie, alles Financial Services. Und da sind wir ein weltoffenes Land. Und eine Weltranguniversität ist ein weltoffenes Forschungsuniversität. Was die genaue Anzahl sein sollte, 60 Prozent ausländische Professoren, das ist die Realität heute. Wenn Sie Informatikprofessoren, Artificial Intelligence Professoren suchen, dann sind das öfter Europäer, vielleicht Schweizer, die eben nach Amerika gingen, zu Google und so weiter und irgendwann zurück nach Europa kommen. Und dann kommen sie gerne in die Schweiz. Das ist eine Opportunität für die Schweiz. Das ist wirklich der Grund, weshalb unsere Universitäten so gut sind. Das heisst, es ist eigentlich gar keine eidgenössische technische Hochschule mehr, sondern es ist eine internationale Gelehrtenrepublik. Ja, das könnten Sie sagen. Aber dann können Sie auch sagen, dass die grossen Weltfirmen in der Schweiz nicht mehr schweizerische Firmen sind. Das sind Firmen, die zum Wohlstand der Schweiz beitragen. Und wir produzieren das Talent für diesen Wohlstand. Also so schlimm kann es nicht sein. Und das heisst ganz, das müssen sich die Schweizer klar machen, der Talentpool für Professoren, für gute Studenten ist in der Schweiz einfach zu klein, wenn man diese Qualität erreichen will. Zu klein, er könnte grösser sein, wenn zum Beispiel mehr junge Leute in die MINT-Fächer reinkommen würden. Und MINT-Fächer heisst? Also das sind MINT-Fächer, das ist Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technologie. Da hat es noch ein Potenzial. Zum Beispiel haben wir nicht genug Frauen, die Informatik studieren. Also es hat noch ein Potenzial in der Schweiz, ganz klar, dass man ausschöpfen sollte. Und wir haben auch Programme, damit wir mit den Gymnasien zum Beispiel zusammenarbeiten, um das Potenzial besser auszuschöpfen. Aber auf der Spitzenforschung gibt es einen Weltmarkt. Und die Schweiz ist 0,1 Prozent der Weltbevölkerung. Also irgendwann stößt man an Grenzen. Aber ich bin viel optimistischer, dass viele Leute, die zu uns kommen, die dann international forschen, die zurückkommen. Haben Sie denn Programme, oder ist das gar nicht denkbar, in denen Sie auch die jungen Schweizerinnen und Schweizer spezifisch fördern? Oder sagen Sie, von Beginn an sei der einem Wettbewerb ausgesetzt, entweder schafft er den oder er schafft den nicht? Ich war ja beim Nationalfonds, bevor ich diese Stelle annahm. Und beim Nationalfonds hatte es spezifisch ein Förderprofessurenprogramm für Leute, die eine Anbundung an die Schweiz haben. Unsere Sicht ist eigentlich, dass wir zum Beispiel spezifische Programme aufbauen, mit der Grundschule, zum Beispiel auf Robotik oder auf Mittelschulstufe usw., dass das Talent in der Schweiz näher gefördert wird. Wissen Sie, dass es kompetitiv ist, ist auch gut für die Schweiz. Es ist genau wie im Fussball. Wenn wir nur in der Schweiz Fussball spielen würden, wäre sehr wahrscheinlich die Schweiz nicht in die Fussballmelde gekommen. Tennis wäre auch noch ein Vergleich. Ja, das wäre ein guter Vergleich. Das ist aber jetzt ein gefährlicher Steilpass, den Sie da gegeben haben. Weil wir haben jetzt gerade gesehen, an der Weltmeisterschaft, dass es durchaus Probleme gab, deswegen, weil das Schweizer Team doch relativ multikulturell zusammengestellt ist. Wir hatten diese Geste mit dem Doppeladler, also dem Teil der kosovarischen Spieler. Da gab es einige Probleme. Der Schweizerische Fussballverband hat sich vielleicht nicht wirklich gut verhalten. Gibt es durch die Internationalität auch bei Ihnen Probleme? Also zuerst auf dem Fussball. Ich kenne nichts an Fussball und ich habe keine Television. Also ich habe das eigentlich nicht mitverfolgt. Und da kann ich leider nicht mehr kommentieren. Ja, es könnte Probleme geben. Die muss man sehr früh erkennen. Und man muss sicher machen, dass das eben nicht schlecht geht. Von mir aus gesehen, wenn ich Professoren anschaue, die sind sehr froh, also ausländische Professoren, die sind sehr froh, in die Schweiz zu kommen. Die sind sehr froh zum Beispiel von der Lebensqualität, von der Qualität der Schulen in der Schweiz. Das ist vielleicht das wichtigste Argument, wenn wir Talente in die Schweiz bringen. Und wenn die Leute kommen und ihre Kinder gehen in eine Schweizer Schule, dann ist eigentlich, dann ist die Assimilation gemacht. Die Tatsache, dass Sie so viele internationale Studierende und auch Professoren haben, ist ja nicht quasi aus der Luft gegriffen. Sie brauchen dazu auch politische Rahmenbedingungen, zum Beispiel die bilateralen Verträge mit der EU. Mit der Masseneinwanderungsinitiative war das ja recht bedroht. Da war auch bedroht, ob die Schweiz weiterhin zu diesem Programm Horizon 2020 gehört, ob sie ERCs, die europäischen Förderinstrumente, ob sie von denen profitieren kann. Sie haben die, sagen wir es so, die akademische Schweiz hat sich nach der Abstimmung stark ins Zeug gelegt, davor etwas weniger. Inzwischen sind wir wieder in einer heiklen Phase mit der EU. Was tut die Professorenschaft oder was tut die Hochschule, um quasi Unterstützung zu bieten, dass dieser Prozess zu ihren Gunsten rauskommt? Also 2014 war ich beim Nationalfonds, als die Schweizer Wissenschaft von Europa rausgeworfen wurde. Und das waren sechs Monate, wo wir sehr hart gearbeitet haben. Und dank der sehr guten Arbeit von dem Staatssekretär Mauro de L'Ambrogio und anderen Leuten war es möglich, nach sechs Monaten wieder in dieser Forschungsgemeinschaft mitzumachen. Ich hoffe natürlich sehr stark, dass wir wieder klug genug sind, um in der europäischen Forschungsgemeinschaft mitzumachen können. Das wäre ein kardinaler Fehler, wenn wir rausgeworfen würden. Das wäre sehr schlecht für die Schweizer Wissenschaft. Das wird sich nicht in den nächsten sechs Monaten sehen. Aber dann über Jahre wird der Forschungsplatz Schweiz an Exzellenz bedeutend verlieren. Das bedeutet, die Innovationskraft der Schweiz wird verloren gegangen. Und dann werden wir die Konsequenzen sehen. Was würde denn das konkret bedeuten? Beschreiben Sie doch mal, was das hiesse für Sie, wenn zum Beispiel die Masseneinwanderungsinitiative so umgesetzt worden wäre, wenn wir rausgeflogen wären aus diesen Programmen. Weil die Initiatoren der Masseneinwanderungsinitiative und dieser Form von Abschottungspolitik sagen ja immer, ach, das regelt sich dann doch irgendwie schon. Also ganz konkret, die Forschenden müssen in den europäischen Programmen mitmachen können, insbesondere im European Research Council. Das ist ja eigentlich die Champions League der Forschung in Europa. Wenn da wir nicht mitmachen können, dann hat es Forschende, die werden nach England gehen, nach Deutschland, nach Amerika zurückgehen. Also werden wir sehr gute Forschende verlieren oder nicht mehr anziehen können. Das ist ganz klar. Das merkt man schon. Ich mache ja viele Interviews mit Kandidaten und so weiter. Das ist ein Element. Das andere Element ist, wir wären eigentlich nicht mehr in der Lage, international zusammenarbeiten zu können. Und die Forschung ist eigentlich nicht eine nationale Aufgabe. Die Forschung, die Grundlagenforschung sicher, ist eine internationale Aufgabe. Da hat es Netzwerke, sehen Sie das CERN, oder? Das CERN in Genf über Teilchenphysik, das gleichzeitig das World Wide Web erfunden hat. Das ist so, dass die Grundlagenforschung und dann die Innovation passiert. Und das ist ein internationales Milieu. Wenn wir draussen sind, wäre das very bad news. Sie haben über das CERN gesprochen, über was daraus entsteht. Die EPFL ist, wie die ETH auch, die haben grosse Erfolge auch, sind sehr produktiv, was Start-ups angeht. Spin-offs, Unternehmensgründungen, die aus der Forschung herauskommen. Sie selber sprechen vom Swiss Innovation Valley. Was gibt Ihnen denn sozusagen, was begründet denn diese Allusion an das Silicon Valley, was ja nach wie vor eigentlich den Standard setzt, was Zusammenarbeit von Forschung und Unternehmertum angeht? Ja, also zuerst, es gibt nur ein Silicon Valley. Viele haben es versucht, anderswo zu machen. Es gibt nur ein Silicon Valley und ich war gerade dort vor ein paar Wochen. Und es ist klar, warum das so ist. Aber in der Schweiz haben wir viele, viele gute Punkte gegenüber Silicon Valley. Es ist ja sehr vergleichbar. Die geografische Grösse ist etwa vergleichbar. Die Anzahl Einwohner ist vergleichbar und so weiter. Also kann man wirklich ein Eins-zu-eins-Vergleich machen. Silicon Valley, natürlich auf dem Informatikgebiet, ist klar weltführend. Aber in der Schweiz sind wir sehr gut mehr an der interdisziplinären Forschung, wo sie Informatik mit Maschinentechnik oder Nanotechnologie zusammenbinden oder mit MedTech oder mit der Pharma und so weiter. Und da ist die Schweiz traditionell sehr gut. Und da wir Spitzenuniversitäten haben wie in Amerika, aber wir haben sehr gute Schulen, auch für die Kinder der Professoren und der Leute, die kommen oder in der Schweiz leben. Wir haben sehr gute Infrastruktur. Ich sage ja immer, von Berkeley nach Stanford mit dem Zug nimmt es gleich lange als von Lausanne nach Zürich, aber ist im Prinzip viel kürzer, weil es hat keine Infrastruktur in Amerika. Es hat Autobahnen und Staue und so weiter. Die Lebensqualität in der Schweiz ist viel besser. Die Kultur ist viel, viel besser als in Silicon Valley. Also hat es viele Dimensionen, wo die Schweiz absolut spitze ist. Und wenn wir da alle zusammenspielen, die Rahmenbegegnungen da sind, zum Beispiel die Weltoffenheit, dann sind wir absolut am Ball. Jetzt möchte ich ganz kurz abschweifen. Sie sagten, es gebe nur ein Silicon Valley. Und das sei auch klar und das werde auch so bleiben. Wieso gibt es nur ein Silicon Valley? Was macht das Silicon Valley so einzigartig? Das Silicon Valley ist natürlich eine Kombination von Spitzenforschung, von staatlicher Forschung über die Defense-Industrie und einem geografischen Ort, der sehr gut dazu passt. Und wenn mal die kritische Masse dort ist, dann wollen alle Leute dort gehen. Das ist wie Hollywood, das ist wie Paris oder London. Das sind einfach Orte, wo man für gewisse Gebiete sein muss oder wenigstens präsent sein muss. Und da ist ja die Schweiz präsent. Wir haben viele Graduates von der EPFL, die in Silicon Valley sind. Wir haben auch einen Outpost in Swissnex in San Francisco. Man muss da auch dabei sein und verstehen, wie das funktioniert. Aber dann hat es viele Leute, die sagen nach 10, 20 Jahren, ja eigentlich möchten wir zurück nach Europa, auch wegen der politischen Situation in Amerika. Das ist ja kompliziert, auch für Silicon Valley. Weltoffenheit ist wieder das gleiche Problem. Und da hat es eine Chance, dass sehr gute Leute eigentlich nach Europa zurückkommen, auch Firmen hier gründen. Ich habe in meinem Management-Team an der EPFL einen Start-Upper, der 18 Jahre lang in Silicon Valley war. Also man kann das da aufbauen mit den Punkten, wo wir stärker sind als in Amerika. Ich sage es nochmal, das ist die Ausbildung auf allen Stufen, auch das duale Bildungssystem, das wir in der Schweiz haben. Das sind alle Sachen, die die Amerikaner nicht haben. Aber man könnte mal, es ist ja nachvollziehbar, dass die Leute nach 10, 20 Jahren zurückkommen wollen, aus den Gründen, die sie schildern. Aber die Frage ist ja, wo verbringen diese Leute ihre produktivsten Jahre? Also wo gründen sie die Unternehmen? Wo leisten sie dazu einen Beitrag, dass die Unternehmen entstehen können und wachsen können und erfolgreich sind? Das passiert stärker in den USA als bei uns. Oder sehe ich das falsch? Nein, da haben Sie recht. Da können wir besser machen. Aber ich war ja gerade an den Drone-Days an der EPFL. Drei Tage lang, Drone-Competitions und so weiter. Und da habe ich eine Art Zahl von Start-Ups gesehen. Da hatte es zum Beispiel eine Start-Up, das waren drei Studenten, die haben ihr Master-Projekt als Start-Up gegründet. Also gleichzeitig die Start-Up gemacht und das Master-Projekt an der EPFL. Und ein Produkt in sechs Monaten entwickelt. Das ist absolut unglaublich. Diese Leute sind so gut oder besser als die Leute, die man in Silicon Valley antrifft. Was diese Leute brauchen, das ist, dass jemand zurückkommt von Silicon Valley, wo die Erfahrung hat, wie man ein Business aufbaut, was ist ein Business Model, was ist Business Development und so weiter. Weil diese Studenten, die haben das noch nicht gesehen. Und wenn man das zusammenbringt, dann können wir sehr, sehr gute, sehr grossartige Start-Ups bauen. Und das ist schon der Fall. Das wissen Sie. Das bringen Sie zusammen. Sie bringen dieses Wissen auch diesen Studierenden bei. Sie sagten, ganz wichtig ist die kritische Masse. Das sei der eigentliche Vorteil im Silicon Valley. Was ist die kritische Masse bei der ETH Lausanne? Was sind also Ihre Schwerpunkte, auf die Sie ganz bewusst setzen? Also die Schwerpunkte, wir sind eine Science- und Engineering-Hochschule. Also wir machen alle Gebiete von den Grundlagenwissenschaften zu Ingenieurwissenschaften zur angewandten Forschung. Dann haben wir Schwerpunkte und die sind im Prinzip die Stärken der EPFL. Und da muss ich aufpassen, weil wir haben viele und die Leute sind natürlich sehr zimperlich, wenn ich das so sage. Aber ich glaube, ich habe es schon gesagt, auf der Interdisziplinarität hat es sehr interessante Sachen, die passieren und die dann auch in die wirkliche Welt rausgehen. Und ein Beispiel, ich habe MedTech genannt. Da haben wir eine sehr grosse Anzahl von Leuten auf dem Gebiet von Neuroscience, Neurotechnology, das natürlich direkt, möglicherweise in MedTech-Unternehmen umgeht. Das ist zum Beispiel ein Schwerpunkt. Dann hat es einen Schwerpunkt bei Datenwissenschaften, das ist Informatik, Statistik, aber auch Anwendungen auf Gebieten. Wieder sehr interdisziplinär. Das ist eigentlich ein zweites. Dann ist die ganze Frage der Energie und der Sustainability sehr, sehr wichtig. Nicht nur für die Schweiz, für die Welt, Klimaveränderung und so weiter. Das ist wieder so ein transversales Gebiet, wo man die Möglichkeit hat, dass man Leute mit verschiedenen Horizonten zusammenbringt, damit sie die Probleme zusammen anpacken. Und dann haben wir eine Spezialität, die vielleicht sehr originell ist. Das ist Digital Humanities. Das ist, dass man Computerwissenschaften mit Geisteswissenschaften zusammenbringt, damit man Fragen in der Geschichte, in der Art History und so weiter lösen kann. Und dann schlussendlich auf den Grundlagenforschungen hat es immer grossartige Probleme. Quantum, Computer, Basic, Math und so weiter. Ein Projekt, das doch für einiges Aufsehen gesorgt hat, auch für Kritik, ist das Human Brain Project, an dem das koordiniert wird von der ETH in Lausanne. Aber es sind, glaube ich, 110 Institutionen in Europa beteiligt. 1,2 Milliarden Euro Förderung gesamthaft. Also es ist ein wirklich grosses Projekt. Um was geht es da? Also die Grundidee vom Human Brain Project war eigentlich ein EPFL-Projekt, das heisst Blue Brain Project, das gestartet wurde von Professor Markram. Es ist eine sehr originelle Idee. Es ist eine sehr riskante Idee. Aber in der Forschung muss man auch Risiko eingehen. Ich weiss, dass es Kritik gibt. Aber was ich auch weiss, ist, nachdem das Human Brain Project gestartet wurde, dank Henry Markram und der EPFL, gab es ein Projekt in Amerika, das Brain Project, das auch mit Simulationen zu tun hat, nicht nur, aber auch. Dann hat es ein Projekt in Japan gegeben und dann noch ein Projekt in China. Also so eine schlechte Idee kann es nicht sein, wenn es noch viermal weltweit kopiert wird. Also beim Projekt geht es ja darum, das menschliche Hirn nachzubilden. Wenn ich das jetzt etwas verkürzt, vielleicht wiedergeben kann. Was ich würde sagen, ist, auf dem Gebiet der Neuroscience hat es eine Transformation, die man in anderen Wissenschaften auch sieht. Man geht von nur Laborexperimenten zu Simulationen rüber und dann theoretische Modelle und dann zurück zu Labor und so weiter. Und der Schritt, der gemacht wurde mit dem Blue Brain Project war, dass man die Simulation viel stärker braucht, als es traditionell in Neurowissenschaften gemacht wurde. Und dieser Schritt, der ist in allen Wissenschaften passiert, als mit den Datenwissenschaften. Also es ist ein normaler Schritt für die Neurowissenschaften. Aber es war, wenn man das ganz gross ansieht, aber natürlich in den spezifischen Gebieten ist das nicht unbedingt ein natürlicher Schritt. Es war ein mutiger Schritt, ein riskanter Schritt. Ob es sich dann auszahlt, das werden wir sehen, aber es hat schon viele interessante Teilresultate gegeben. Erlauben Sie mir doch da eine etwas vielleicht dumme Nachfrage. Was ist der Sinn davon, dass man vom Labor in den Neurowissenschaften in den Computer geht? Das würde ich jetzt sagen, eben das Hirn ist das Hirn und der Computer ist ja dann doch nur ein Modell. Also was ist das Besondere daran, dass man den Schritt macht vom Labor in den Computer? Also nehme ich die Physik, oder? Also man kann die Thermodynamik im Labor jahrhundertelang, kann man wärmen, abkälten und so weiter und dann kommt jemand und macht eine Theorie, eine mathematische Theorie. Oder wenn es kompliziert ist und es keine einfache Formel gibt, kann man ein Simulationsmodell bauen. Und das wird in allen Wissenschaften gemacht. Und da wäre ein Prinzip, Biologie und Neurowissenschaften sind, und weil es junge Wissenschaften sind, sind noch nicht am gleichen Stadium angekommen, sagen wir, wie die Physik oder die numerische Mathematik oder die Statistik. Also das ist ein ganz natürlicher Schritt. Wenn wir noch mal auf die Data Science kommen, wo sie ja wirklich sehr stark sind, wir haben vorhin bei der Silicon Valley gesprochen, mit den Unternehmern. Die Frage ist ja schon, die man sich eigentlich überall in der Welt stellt, auch in der Schweiz, was haben andere Standorte, was kann aus der ETH entstehen, was in den USA nicht schon vorhanden ist, beziehungsweise was kann entstehen, was denen auch ein Stück weit vielleicht den Rang ablaufen könnte? Gibt es da noch etwas? Also ich habe das Beispiel von den Drone Days an der EPFL genannt. Die Startups, die wir hier haben, und die ETH Zürich haben, und die Drohnen, das sind Weltklasse-Startups. Ich glaube nicht, dass die irgendwie hinter dem Silicon Valley sind. Und der Grund ist, dass es eben nicht nur Computerwissenschaft braucht. Man braucht sehr high-precision Mechanics, man braucht interdisziplinäre Fachwissen, Computertechnik, Computer Vision und so weiter. Und da sind wir Weltrang, wie auf vielen anderen Gebieten. Dann ist die Frage, sind wir gross genug, um da mitzuhalten können? Und da kommen wir auf die Frage von Venture Capital. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich meine, auch da weiss man ja, es werden sehr viele Unternehmen gegründet, in Lausanne und in Zürich, auch ein anderer Schweizer Unternehmen, aber die beiden sind natürlich an der Spitze. Dann braucht es Kapital. Und das Kapital kommt wiederum nicht nur aus der Schweiz, sondern sehr stark auch international. Es gab aber jetzt die Initiative des Swiss Entrepreneurs Foundation, die versucht ja da eigentlich noch mehr Kapital zusammenzubringen. Dass das Kapital nicht da ist, kann man in der Schweiz ja nicht sagen. Also wo hakt es? Was gibt es zu tun? Das ist eine sehr gute Frage. Zuerst werde ich mal eine Zahl nennen, muss ich. Ich habe mich ja vorbereitet für dieses Interview. Wir haben da Zahlen über Venture Cup in der Schweiz angeschaut. Was interessant ist, über die letzten fünf Jahre, in Zürich, Grossraum Zürich, Venture Cup 800 Millionen, Acht Lehmannich 1,6 Milliarden. Also zweimal mehr Venture Cup in Acht Lehmannich als im Grossraum Zürich. Das wissen die meisten Zürcher nicht, aber das muss ich natürlich einmal hier in Zürich sagen. Aber das ist nicht genug. Und es ist nicht genug, nicht wegen der Anzahl, der Masse von Venture Cup. Aber Venture Cup ist wie Forschung, ist sehr international. Und da muss die Venture Capital-Szene in der Schweiz muss da noch, wie soll ich sagen, eine gewisse Maturität erreichen. Weil in der Schweiz haben wir eine sehr gute Finanzindustrie, aber die historisch sich nicht um Venture Cup gekümmert hat. Die grosse Tradition von Venture Cup ist in Boston und in San Francisco. Und diese Tradition müssen wir noch aufbauen. Wir haben ein paar sehr gute Venture Capital Firms, aber im Prinzip der Macht für Venture Cup ist nicht gut genug in der Schweiz, wenn man die Qualität der Innovation in der Schweiz anschaut. Zum Beispiel Israel hat eine viel bessere Venture Capital-Szene als die Schweiz. Und da müssen wir besser machen. Und wir müssen international vernetzt sein. Wie können wir das besser machen? Also das Geld hat es, aber wenn Sie Spezialisten brauchen, dann muss man die vielleicht von Silicon Valley importieren. Das machen wir ja in der Forschung, in der Innovation. Wenn wir etwas Neues aufbauen wollen, dann suchen wir weltweit die Beste. Und da muss man eben auch in der Schweiz sagen, vielleicht auf gewissen Gebieten muss man das auch machen. Ein Venture Cup ist vielleicht ein Gebiet. Sie selber haben nun den Gegensatz zwischen Zürich und Lausanne angesprochen. Wir haben über das Human Brain Project geredet. Und da gab es eine Karikatur, in der man lesen konnte, wir werden ein Zürcher Hirn simulieren. Das ist einfacher. Diese Karikatur hat Ihr Vorgänger immer gerne gezeigt, lachend darauf hingewiesen, eben sozusagen das Lausanner Hirn und das Zürcher Hirn. Also es scheint einen Wettbewerb zu geben zwischen den beiden Standorten. Wie gross ist der? Worin äussert sich dieser Wettbewerb? Ist er vielleicht sogar sehr produktiv? Also zuerst, diese Karikatur war nicht in der NZZ, oder? Nein. Also habe ich sie nicht gesehen. Wettbewerb, ja. Kooperation auch. Wir machen viele Sachen zusammen. Sie haben über Datenwissenschaften gesprochen. Wir haben zusammen mit der ETA Zürich den Swiss Data Science Center aufgebaut. Das ist eine wirkliche Success-Story für die Wissenschaft, aber auch für die Wirtschaft. Das war ein Gebiet, wo wir ein wenig aufholen mussten. Und wir konnten dank unserem System, dem ETA-System, ganz schnell ein Swiss Data Science Center aufbauen. Also können wir sehr gut kooperieren. Wir haben da Diskussionen auf Cyber Security mit Zürich. Und das geht sehr gut. Und natürlich hat es einen gewissen Wettbewerb. Aber so muss es sein. Aber für mich an der ETA Lausanne, auf meinem Gebiet zum Beispiel, der Wettbewerb ist nicht mit Zürich. Der Wettbewerb ist mit dem Rest der Welt. Und das ist das Gleiche für meine Kollegen in Zürich. Und da muss man breiter schauen. Und das bringt nichts, sich da zwischen Lausanne und Zürich irgendwie einen harten Wettbewerb zu machen. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen sicher machen, dass das Schweizer Forschungs- und Bildungssystem die besten Bedingungen erhält. Dann können beide Schulen besser werden. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Wir sehen, dass seit dem Jahr 2000 sind die Ausgaben der öffentlichen Hand für Hochschulen, für Universitäten um 70 Prozent gestiegen. Das ist deutlich mehr als der Zuwachs des Budgets des Bundes. Es ist deutlich mehr als die Zunahme des Bruttoinlandproduktes. Also es ist ein ganz massiver Aufwuchs. Aber in ihr wisst, die Stiftung spricht davon, dass es durchaus ökonomische Fehlanreize in dem System gibt. Sehen Sie das auch so? Oder finden Sie, nein, es muss genau so sein, wie es jetzt ist? Also ich habe es gerne, wenn man die Resultate anschaut. Und Sie haben es angedeutet, die zwei Hochschulen, die ETH Zürich, die EPFL. Ich glaube, ja, wir sind teure Schulen. Wir bekommen viel Geld vom Steuerzahler. Aber we deliver. Und wir sind in einem Wettbewerb. Wir werden evaluiert. Und ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Und ich stehe dazu. Und ich glaube, für die Schweiz, ich habe es gesagt, im 19. Januar hat dank ESCHER die Schweiz in die ETH Zürich investiert. Dank dieser Investition war die Schweiz bereit, die erste industrielle Revolution mitmachen zu können. Und das ist jetzt der Wohlstand der Schweiz. Kommt wirklich von diesen Investitionen. Das Gleiche ist jetzt im 21. Januar. Wir sind in der vierten industriellen Revolution. Und da ist das, es ist die genau gleiche Lage. Das Land muss sich entscheiden, wollen wir in die Zukunft investieren? Und da muss ich sagen, das ist eine sehr gute Investition. Wenn wir das noch von den Kosten her anschauen. Eine interessante Geschichte sind ja immer die Studiengebühren. Sie haben jetzt in der ETH EPFL leicht erhöht. Das Jahr kostet jetzt bei Ihnen knapp 1.500 Franken. Das Studienjahr, wenn man das vergleicht mit dem MIT, da kostet ein Studienjahr 25.000 US-Dollar. In Harvard 70.000 US-Dollar. In den britischen Universitäten liegt es knapp über 10.000. Sind sie denn zu günstig? Also sind sie auch deshalb so attraktiv, weil man bei Ihnen einfach weniger bezahlt für ein Studium? Nein. In kontinentale Europa und in der Schweiz haben wir ein Modell. Das ist the public university. Ich war in Amerika in einer private university, Columbia, und in einer public university, Berkeley. Ich kenne beide Systeme sehr gut. Wenn die Leute über amerikanische Universitäten sprechen, sehen sie von hier aus nicht unbedingt den Unterschied. Ich habe den Unterschied sehr gut gesehen. In der Schweiz haben wir ein System, public university. Alle Leute können durch die Grundschule, das Gymnasium, durch die Universität für relativ wenig Geld. Das ist ein gutes System. Das amerikanische System, das sehen wir jetzt, hat ja viele Probleme produziert und ist sicher nicht ein egalitäres System, nicht eine Meritokrasie, wie es sein sollte. In der Schweiz haben wir zu einem grossen Ausmaß eine Meritokrasie. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder Mann, jede Frau an einer Universität für relativ wenig Geld studieren kann. Sind wir attraktiv? Die Lebenskosten in der Schweiz sind ja gross genug, dass da nicht die Leute einfach kommen, weil es billig wäre. Es ist im Ganzen gesehen, ist es eigentlich nicht billig, in der Schweiz zu studieren. Aber dass jeder Schweizer, jede Schweizerin in der Schweiz Hochqualitätstudien machen kann, für das stehe ich. Und das ist eine der Grundwerte. Das ist das ADN der Schweiz. Das heisst ganz konkret, wir sollten die Studiengebühren nicht erhöhen oder nur ganz geringfügig. Vielleicht anpassen an Kostenänderungen usw. Aber das ist eigentlich nicht die grosse Debatte. Das sollte noch nicht dort sein. Das sollte haben wir. Können wir die besten Leute in die Universitäten bringen, Qualitätsprogramme aufbauen und diese Leute dann auch in der Wirtschaft, in der Gesellschaft interessante Positionen erreichen. Wenn Sie davon sprechen, man muss die besten Leute hinbringen, Sie, von der Schweiz her übernehmen es ja die Leute von der Matura, vom Gymnasium her. Ja. Ist es, kommen die Leute zu Ihnen, die Sie brauchen, bringen die das mit, was sie bei Ihnen brauchen, oder müssen Sie da noch nach Investitionen machen? Zum grossen Teil ja, ist die Antwort ja, was vielleicht ein wenig kompliziert ist. Aber das ist wirklich, weil wir eine naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Universität sind. Im Prinzip hat es gewisse Maturatypen, die ideal sind für das Studium an den ETAs und andere Maturitätstypen, wo natürlich ein Nachholbedarf existiert. Aber das ist kein grosses Problem, was wir brauchen. Das sind Leute, die motiviert sind, die bereit sind, hart zu arbeiten. Vielleicht müssen sie dann so Nachholstunden nehmen auf Mathe oder Physik. Das ist kein grosses Problem, wenn die Leute wirklich studieren wollen. Jetzt gibt es in der Schweiz die zehn Universitäten, die zwei technischen Hochschulen, plus acht Fachhochschulen, wobei das ja nur der Überbau ist. Darunter gibt es ja zahlreiche Fachhochschulen. Eine grosse Diskussion ist ja auch, wie grenzen sich diese beiden Hochschultypen überhaupt noch an? Ich meine, die politische Anstrengung geht eigentlich dahin, das stärker aneinander anzunähern, bei den Fachhochschulen mehr Bildung zu machen. Das Promotionsrecht ist noch nicht übertragen, aber trotzdem die Anstrengungen gehen, das eigentlich so parallel und so durchlässig wie möglich zu machen. Wie sehen Sie die Abgrenzung oder die Gleichheit, die Parallelität zwischen diesen Institutionen? Zuerst, was sehr gut ist im Schweizer System, ist, dass jeder Mann, jede Frau über Brücken in die Universität reinkommen kann. Jemand kann eine Berufsbildung machen, dann eine Fachhochschule, dann an die Uni oder an die EPF kommen und so weiter. Das ist sehr gut. Die Durchlässigkeit ist fundamental. Das müssen wir beibehalten. Dann muss sich jeder Hochschultyp ein Profil bilden. Und das Profil der ETAs ist ganz klar, der ist ziemlich anders als eine humboldtschische Universität. Sie wissen ja, im Mandat der Schweizer Regierung an die ETAs haben wir drei Missionen. Das sind Bildung, Forschung und Innovation. Und Innovation ist typisch. Wir sind ein Institute of Technology. Also die Mission der Innovation ist sehr wichtig. Deshalb sind wir nicht eine Universität im klassischen Sinne. Wir sind ein Institute of Technology. Und das ist das Profil, für das wir stehen und wo wir exzellent sein wollen. Aber nun sagen Sie, Profilbildung ist zentral wichtig. Findet das in der Schweizer Landschaft ausreichend statt? Ich rede jetzt gar nicht von den ETHs. Wir haben erlebt, im Jahr 2016 hat der Bund 100 Millionen für zusätzliche Medizinausbildung gesprochen. Nun erleben wir, dass im Kanton St. Gallen auch noch 40 Medizinstudienplätze aufgebaut werden. Das scheint mir, hat mit Profilbildung, hat mit internationalem Wettbewerb wenig zu tun. Da geht es im Wesentlichen um Standortpolitik, um Kantönlig Geist. Wie wichtig, wie groß ist die Rolle, die der Kantönlig Geist eben in der Bildungspolitik spielt? Ja, wissen Sie, da von der Romandie aus gesehen ist der Kantönlig Geist, verstehe ich eigentlich nicht so gut. Und das scheint mir als eine relative lokale Frage. Da möchte ich lieber eigentlich nicht antworten. In der Romandie haben wir sehr stark daran gearbeitet, dass eben der Kantönlig Geist vielleicht nicht weg ist, aber die EPFL hat eine Rolle, die eigentlich zentral ist für alle Kantone in der Westschweiz. Und deshalb verstehe ich gewisse dieser Fragen nicht gut, die in der Deutschschweiz aufkommen. Also, ein Kantönlig Geist ist ein rein deutschschweizer Problem? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, er ist weniger ausgeprägt in der Romandie. Weil die Romandie ist eine Minorität, also müssen die Kantone natürlich mehr zusammenarbeiten, sonst sind sie weg vom Fenster. Drehen wir die Frage anders. Ich meine, es wurde auch schon darüber diskutiert, ob sich die Universitäten überhaupt in der Schweiz sehr viel stärker spezialisieren sollen. Die ETHs, kann man vermuten, sind vielleicht auch deshalb ganz gut in der Weltspitze, weil sie so spezialisiert sind. Die anderen Universitäten sind zum ganz großen Teil, eben gerade St. Gallen ausgenommen beispielsweise, eine Volluniversität, die alle Disziplinen anbieten muss. Würden Sie dafür plädieren, dass man sagt, eigentlich soll es nur noch eine Schweizer Hochschule geben und dafür spezialisierte Standorte, die damit wirklich an die Spitze kommen? Ridiculous. Wisst ihr, das ist typisch schweizerisch, oder? Man muss mal anschauen, wo wir stehen. In jedem Ranking haben wir sechs, acht Universitäten von der Schweiz, die in der Top 100 sind. Also wir haben ein System, das unglaublich gut ist. Und dann sind wir da typisch schweizerisch und sagen, ja, könnten wir das vielleicht noch ein wenig verdrehen und so weiter. Sorry. You know, if it ain't broken, don't fix it. Und dann die ganz handliche Universität, das humboldtische Modell. Sehr interessant. Ich wäre sehr froh, an einer Volluniversität zu sein. University of California, Berkeley, hat alle möglichen Departemente, die Sie träumen können. Das ist auch schön. Im Café sehen Sie nicht nur Ingenieure und Naturwissenschaftler. Also die Modelle sind komplementär. Jeder hat gute Sachen und natürlich Limitationen. Ich verstehe völlig, wenn Sie sagen, man soll ein System, das nicht kaputt ist, nicht versuchen zu reparieren. Das ist sehr plausibel. Diese Aussage ist aber auch ein bisschen gefährlich, weil sie kann verstanden werden als, ach, wir müssen nicht gucken, ob unsere Effizienz hoch genug ist. Wir müssen nicht gucken, was wir nicht verbessern können. Und wenn wir, wie gesagt, die Avenir Suisse-Studie dazu aus diesem Jahr nehmen, die sagt dann doch schon, wie gesagt, wir haben einen Verbesserungsbedarf, gerade bei der Effizienz in der Schweizer Hochschullandschaft. Zuerst. Wir haben Avenir Suisse an die EPFL angeladen, mit dem Management-Team, um über diesen Report zu sprechen. Das ist nicht, dass wir da nicht die Hochschullandschaft anschauen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wenn es auf Effizienz ankommt, und wir haben über die Vergrösserung der EPFL gesprochen, und ein Teil der Vergrösserung der Professorenschaft und der Studentenzahlen kommt von einer Effizienzsteigerung an der EPFL. Mein Laborbudget, seit ich von Amerika zurückkam, ist jedes Jahr kleiner geworden. Was habe ich gemacht? Ich habe mehr Drittmittel eingeworben, ERCs und so weiter. Also, wenn Sie über Effizienz sprechen, dann bin ich genau auf der gleichen Linie. Aber über Effizienz kann ich an der EPFL sprechen. Braucht es mehr Drittmittel generell im Schweizer System? Man muss eine Balance finden. Wenn man zu viele Grundbeiträge hat, dann ist das Leben ein wenig zu komfortabel. Wenn es zu wenig Grundbeiträge hat, zum Beispiel in Amerika, dann ist das Leben eben sehr schwierig. Man muss irgendwie eine Balance finden. An der EPFL ist es zurzeit, dass wir zwei Drittel Grundbeiträge haben. Ein Drittel ist kompetitive Drittmittel vom Nationalfonds, ERCs, von Industrie und so weiter. Das ist die Balance, die wir zurzeit haben an der EPFL. Und mit der Sie gut leben? Mit der wir gut vorwärts gehen. Ich glaube, wir könnten über die Bildungspolitik, über die Hochschulspolitik noch sehr lange und sehr viel mehr reden. Ich glaube auch, es ist sehr wichtig, dass wir darüber reden, weil es ist eine der zentralen Rohstoffe, die die Schweiz überhaupt hat. Nun ist unsere Zeit leider schon um. Herr Vetterli, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie auch am 11. November wieder dabei sind bei NZZ Standpunkte. Unser Thema, die Schweiz zwischen Weltoffenheit und Reduimentalität. Unser Gast, Albert Rösti, Parteipräsident der Schweizerischen Volkspartei SVP. Untertitelung des ZDF für funk, 2017